Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Firmung und wir fahren jetzt um 14 vor 7 zum Frise. Wir sind jetzt endlich mit unserer Friseur fertig und wir sind jetzt endlich mit unserer Friseur Das war es dann auch schon. Wie lange haben wir gebraucht? Dreiviertelstunde. Wir haben jetzt so eine Dreiviertelstunde gebraucht, beziehungsweise die Michelle, aber wir sind sehr zufrieden, stimmt's Leute? Ja. Also wir sind jetzt fertig beim Zusammenwarten hier auf Tavitas Vater. Und dann? Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Tavitas Vater Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. 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 Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ich bin natürlich jetzt voller heiliger Geist, also ich bin jetzt aus der Kirche raus und ich bin natürlich jetzt voller heiliger Geist und ähm genau, also gleich kommt natürlich mehr. So, wir sind jetzt hier zu Hause und wir haben sehr viel umbereimt und so und genau also wir essen gleich und ja und schaut mal ein neues Video hier. Es gibt jetzt Essen bei uns und wir haben sehr Hunger. Ich hab sie mir nicht abrasiert. Wir haben jetzt Essen bekommen und das sieht sehr gut aus und ähm ja, ist der schönste Hotel erstmal rein. Wir sind jetzt fertig und jetzt gehts an den Nachttisch. Ich kann jetzt auch was sagen, dass das der beste Teil auf der Welt ist, dass ich super stolz bin. Okay, eine wichtige Frage. Wie alt schätzt ihr ihn? Er ist schon über 20. Das kann man sagen. Ja. Schaut mal in die Kommentare wie alt ihr ihn schätzt. Nein. So, du machst sie ganz schlecht. Du musst ja immer rausmachen und wieder reinmachen und dann noch... Hier sind wir. Wir haben jetzt ein bisschen messen. Leute, meine liebe Damen. Wir haben jetzt noch eine Runde laufen. Wir haben jetzt noch eine Runde laufen. Wir haben jetzt noch eine Runde laufen. Ja. Ah ja. Was hab ich gesagt? 24. Wie viele waren wir drin? Das klingt aus wie so ein Bischof, der sich eine Karte von einem Fan durchschließt. Ein Bischof? Fällkuss. Nein. Dann bin ich schon warum auf Fällkuss gekommen ist. Fällkuss. Mir schon. Oh. Ich bin zufrieden. Ich weiß jetzt was. Ruuuude. Da...